Hallo Leute, mein Name ist Felix Ulukay und ich bin Spieler beim FC Augsburg. Wir haben vor kurzem das Projekt Fussball mit Vision gestartet, möchten euch kleine Einblicke gewähren in den Profifußball und in den Profisport und dabei auch teilen, was uns trägt im Leben, nämlich der Glaube an Gott. Und wir hoffen, es ermutigt euch, es hilft euch und supportet uns. Bis dann!